Eine schöne Aufgabe, ein Beispiel, ich habe den Parallaxenwinkel gegeben, ich habe die scheinbare Helligkeit eines Sterns gegeben, beides lässt sich von der Erde aus messen und ich suche die absolute Helligkeit des Sterns, muss aber zuerst den Abstand berechnen mit dieser Parallaxenformel. Und ich setze für P einfach den Winkel ein und tue dir ein PC rüber und dann bekomme ich den Abstand in PC in ein paar Sekunden und ich rechne das diesmal nicht im Meter um, wie es in der Physik üblich ist, ich lasse es in PC in ein paar Sekunden, auch nicht in Lichtjahre umrechnen, weil ich ja in der Formel hätte ich es auch gerne in ein paar Sekunden. Und diese 18 setze ich dann hier ein, einfach da so einsetzen, also klein m ist jetzt gegeben, r haben wir und noch m auflösen und dann hier, so ist es jetzt, auflösen, dann bekomme ich die absolute Helligkeit von 2,8 und kann das abschätzen. Naja, der Stern ist mit 4,17, er scheint, er scheinbar heller als absolut, das heißt, er ist näher als 10 paar Sekunden von uns entfernt. Das ist ein sehr naher Stern, sonst könnten wir diesen Parallaxenwinkel, dieses 0,053 auch nicht messen. Bei entfernten Sternen ist der Winkel so klein, da lässt sich nichts mehr messen und hier eine typische Astroaufgabe mit aus zwei Gleichungen dann ein Ergebnis finden und schlimmer ist es nicht.